Hallo und herzlich willkommen zur 392. Folge The Western Front Armies. Wir spielen OKW 3V3 und zwar mit Bowhunter, OKW und Junta Power zusammen als Wehrmacht. Und wir spielen gegen zweimal USA und zwar Fiebel und Andreas und einmal Sowjets und zwar der TW. Ja und wir scheinen wohl relativ stark auf Panzer uns auszubauen, wenn ich mir das so angucke von den Berichten. Ich meine, wobei er hier etwas anders genommen hat. Er hat einen Jagdpanzer und hier, was sind das? Fallschirmjäger. OK. Hat er dennoch Fallschirmjäger genommen? Interessant. Joa, wenn er Fallschirmjäger nimmt, werden wir mal Befestigung nehmen und dann nochmal ein paar mehr Grenadiere holen. Ja, Basisbauen. Ich weiß nicht. Im Moment bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden, was das angeht. Die Amis scheinen nämlich ganz schön, oder was heißt Amis im Allgemeinen, die Alliierten, scheinen ganz schön stark geworden zu sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Und naja, ich hab schon ein bisschen Respekt bekommen vor denen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wäre schon schön, wenn man da jetzt auch nochmal gegen ankommen würde. Aber aktuell... Ja. Ich weiß nicht so recht. Also irgendwie... Die Allis machen das mit Artillerie momentan sehr gut. Dass die einen immer so... Ja, ziemlich auf den Arsch gehen mit. Okay. Na. Läuft er gleich. Haben wir sogar noch einen erwischt. Das ist doch ganz nett. So Jungs. Ihr werdet gleich mal direkt weiter. Und dann... Werden wir hier... Ja, wie bauen wir das denn am besten? Irgendwie so. Okay. Da sind schon so ein paar. What? Das sind ein paar viele. Äh... Äh... So eine MG brauchen wir da jetzt gerade ganz dringend. Ich glaube... Die brauchen wir auch. Das war auch sehr dringend. Äh... Dammit. Egal. Dann die mal da rüber gehen. So. Au, au, au. Ne. Wir müssen weg. Okay. So viel dazu. Ich möchte aber trotzdem erstmal das Gebäude haben. Okay. So haben die... Ah, okay. Da war noch ein Krop. Deswegen haben die so auf den Arsch bekommen. Shit. Ah, was schicken wir ihnen denn da jetzt als Unterstützung? Na. Können wir eigentlich im Moment nicht viel machen? Das war zu erwarten. Ui, 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 ui. Hier machen sie sich auch breit. Mh... 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 Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Die Münzen sind soweit. Ich schneide da ran. Nur so wie ihr. Und dann holen wir uns auch nochmal einen MG. Sehr schön. Ja, ich würde uns schon ganz gern helfen. Das nur grad nicht so recht wie. Okay. Nein. Na, wobei, wir holen uns erstmal einen Mohn. Nicht... Komm, wir holen uns denn jetzt? Scheiß drauf. Scheißen direkt drauf. Komm. Wir helfen ihnen hier erstmal. Wenn er hier das Gebiet verliert... ...dann sind wir hier komplett aufgeschmissen. Mh, mh, mh. Ist er gerade schon tot. Weil dann wird er nämlich hier auch Probleme kriegen. Und das möchte ich nicht. Okay. Was ist denn da? Was ist denn da? So wie das aber nicht hier. Genau. Finde ich nicht gut. So. Ihr müsst euch da hinten durcharbeiten. Waffen bereit machen. Nein, bitte. Ob denn los hier, Mensch? Kein Hin und Her ist das gerade. Na. Ja. Sind auch noch welche. Bleibt dann die Flak? War klar. Seck dich. Na. Soll der Klage in hier. Mal da. Bringt uns hier aus. Äh, hallo? Kannst du dich da auch mal um den kümmern? Äh, der wird uns auf jeden Fall wehtun. Das ist nicht gut. Oder nicht? Okay. Not dann. Not denn. Drei umstellen. Müssen wir mal dringend weg. Hm. Was ist das? Irgendwas, was läuft. Waffen zum Vorrücken bereit machen. Okay, das war echt jetzt relativ wichtig. Puh. Okay. Müssen wir uns hier nochmal versuchen bereit zu machen. Befehle. Höre ich doch schon irgendwas. Nö. Irgendwie nicht. Da. Naja. Ach, da laufen sie direkt wieder. Ah. Müsste ja eigentlich was. Alter. Von wegen, der kassiert. Von wegen. Ah, wir haben ganz gut ausgeteilt. Das ist doch schon mal was. Okay. Das Ding muss man auch ein Stück ran. Okay. Stehen wir eigentlich ganz gut gerade. Ah. Alter, das Ding teilt aber auch aus. Hoffentlich bringt mal irgendwie was Antipanzeriges. Das wäre echt super. Oh oh. Oh oh. Jetzt kommen sie. Find ich nicht gut. Au. Na. Dürfen wir hier echt nicht zu weit. Bisschen aufpassen. Na. Hm. Traum mich da jetzt gerade nicht ranzugehen. Soll ich aber eigentlich auch auf den schießen. Genau. Muss ich bitte nicht bewegen. Okay, da ist ne Papp. Da ist ne Papp. Da ist doch einmal weg. Einmal da hin. Ach, guck mal an. Guck mal. Einer an. Aua. Aua. Da haben wir aber ein bisschen Schwein gehabt. Hoffe ich. Schon so ein bisschen. Ja, das war zu erwarten. Egal. Uiuiuiui. Okay, das Ding muss man hierher. Naja. Einmal ist was anderes. Einmal ist was anderes. Die Spacken dann. Da sind sie. Oh Gott. Das SMG war es auch nicht mehr Ewigkeiten. Schönen. Dankeschön. Bin mir nur nicht sicher mit der Papp hier drüben. Wo die ist. Okay. So, ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier unsere Base. Ha ha ha. Hier ist nichts zu sehen. Da. Da kommt doch gerade was. Au. Da ist sie packt. Super. Das ist doof. Da ist ein blödes MB. Oh mein Gott. Jungs können hier mal ran. Au, au, au. Ja, ich weiß. Einfach mal einrauchen hier. Muss mal einmal sein. So, stopp. Okay. Schön mit Brandgeschichten hier. Ja. Den geben wir doch ordentlich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der wird immer noch repariert. Munition sieht auch ganz gut aus inzwischen. Okay. Drücken die mal weg. Verwertet mal. Ah, guck mal an. Guck mal einer an. Was wir da gefunden haben. So, noch ein Stück ran. Ob du das siehst. Guck mal, was da alles gerade kommt. Und ich herf da gerade eine Granate hin. Sehr schön. Ja. Gehen da bitte. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Müssen wir uns hier trotzdem mal aufpassen. Gehen da aus der Angriffszone. Gegen Kack und so. Und, und, und. Hm. Ich würde ja gerne eigentlich nochmal in den Norden hin. Was ist denn da hinten los? Okay. Ich weiß noch nicht, ob er das gesehen hat. So, da kommt mal raus. Dup, 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 dup. Okay. Dann ist ja gut. Komm schon. Okay, Jungs. Da ist eine Menge. Hopp, 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 hopp. Okay. Komm mal, Randa. Komm, 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 komm. Sag mal, gut, denn Tag, der Herr. Komm, 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 komm. Sehr gut. Na. Okay. Hm. Da ist doch was. Guck, guck. Na, der Herr. Oh. Das ist jetzt aber nicht die feine Englische. Das ist aber jetzt nicht die feine Englische. Englische. Mein Freund. Dass die gerade rechtzeitig gekommen sind. Das ist gut. Ja, ich hab das gesehen. So, jetzt da mal schön rein. Was will er denn? Guck, haben wir die denn ganz hingeschickt? Überhaupt nicht weit. Ja, ha, ha, ha. Das ist witzig. Wir sind alleine hier gerade. Vogel. So, gucken wir mal, wo ist er? Ah, der ist weg. Der ist weg. Oh, ich hab da jetzt scheiß drauf. So, kannst du jetzt mal eine Aufwand, bitte? Wäre dir sehr verbunden. Hm. Der macht aber seine Arbeit ganz gut. Dass er mal eine gute Deckung hat. Ha, 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 ha. Wir können uns so noch einmal einräuchern. Oh, ich merk grad. So, wir sollten mal langsam gucken, hier unsere Base zu setzen. Die Männer sind konzentriert und bereit. Okay. So, der wird da mal eben schauen gehen. Die kommen dann hier nochmal hin. Ah, jetzt versucht er sie natürlich hier rauszupomben. Auf. So viel dazu. So viel dazu. Aber ganz schnell weg hier. Ei, 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 ei. Er ist schneller. Nein. Arschloch. Okay. Wir mussten mal beide raus. Autsch. So, das Gebäude. Das ist aber nicht die feine Englische hier. Hm. Naja. Wir werden uns dann gleich mal einen Panther holen können. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt will er aber hier. Jetzt will er aber hier. Mal. Das ist aber nicht die feine Englische. Ja, guck mal. Da kommt schon ein paar da. Also, wir brauchen noch ein bisschen. Wir haben auch so viel Manpower über. Da darf ich mal ein bisschen was umsetzen. Du, 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 du. Du, du, du. Ei, 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 ei. Hat er eine Krupp aber echt Glück gehabt? Hm. So. Das geht schon wieder los hier mit der Artie. Aber die fangen schon wieder damit an. Sind aber auch drauf Aber Das Gebäude steht jetzt auch sehr gut Dass wir da ein bisschen gegenhalten können Sehr gut So, hier kommt man nach vorne Dum 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 Und hier Er wird mal Nachdrücken Möchte ganz gerne, dass uns das wieder gehört Okay So was habe ich schon fast erwartet So was habe ich doch schon fast erwartet gehabt Geht mal ein bisschen ran Kann jetzt mal helfen Haha Findet man nicht so gut Au, 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 au Das finde ich jetzt wiederum nicht so gut Da ist unser Panda Wie kommen die denn überhaupt her Die Schweinis Da müssen wir mal eben Da müssen wir mal eben Wie sind die eigentlich da Okay Einmal weiter drücken Ja, wobei Da so Mocht mal Stress Ich will, dass ihr Stress macht Ja Oh mein Gott Muss noch den Kekse kippen So ein kleines bisschen Bam Wieder gut die Granate Sieht mal richtig gut Ach, schaut mal Wir haben uns nur Schreck Von den Clown Schauen wir mal Phosphor Ja, mein Gott Find ich jetzt nicht ganz so schlimm Ah Völlig viel schlimmer Was hier alles angeschissen kommt Oh Gott Ich muss da ganz schnell weg Ich muss da ganz schnell weg Das sieht nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Ach, Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Halt drauf, was geht Halt drauf, was geht Oh Gott Noch steht er Noch steht er Jetzt verlieren wir aber auch gerade hier Ah Was machen die im G-Center? Das ist mal ernsthaft Ah Was hat draufgegangen Okay, das war jetzt bitter Ach, da haben wir eine Panzerabwehrwaffe noch Da am liegen Oh, oh, oh Was liegt da? Granatwerfer Gut, der bringt es jetzt nicht so Huiuiui Da können wir nochmal Bitter, bitter, bitter Das mit dem Panther war jetzt echt bitter Da haben wir so ein bisschen zu weit nach vorne gekommen Na Habt überall Shermans Was zuckt Da bringen die auch nicht mehr viel, die Pios Ist ein bisschen doof gerade Ja, was machen wir denn jetzt mit unserem Manpower? Was wird das Ding verloren haben? Das wird auch nicht so ges... Ah Au Ja, genau Genau Wenn sonst nichts anderes ist Oh Tja, den können wir mal eben wieder verwerten Oh man Oh man Oh man Das schaut ja nicht so gut aus Können nochmal ne Puck bauen Die kostet 500 Das wär glaube ich ganz knorke So Oh Gott Okay, das ist jetzt echt ein Problem Das ist jetzt ein richtiges Problem Oh, oh, oh Okay Können wir das direkt abbrechen? Das bringt dann ja nichts mehr Oh Gott Wie wir hier jetzt auf die Fresse kriegen Oh Gott Ja Fuck auf Damit sind wir abgeschnitten Damit sind wir abgeschnitten Oh man Das haben sie uns jetzt auch, glaube ich Ne Steht noch 2, 2, 2 Stoß weiter bis zum Zielgebiet vor Hm Sichert dieses Gebiet Ist das so trotz was Was ist jetzt hier echt ein Problem? Hm Bitte Ah, das Ding wird auch drauf gehen So wie das ausschaut Man wär geil, wenn er das noch irgendwie Unkriegt Bitte, 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 bitte So Muss das erstmal machen Oh Das steht wirklich noch Oha Hm Ah, noch ein Fanta Auch wenn der im Moment Wird so viel bringen tot Bitter, bitter, bitter Okay Das ist jetzt aber nicht die Freunde Englische hier Oh man Hm Hm Ah, das Gebäude muss auf jeden Fall erstmal wegwärts Beziehungsweise der Inhalt Oh man Na ja Noch haben wir ein bisschen Zeit Wenn ich das sehe, was da im Süden rumfährt Oh Das sieht nicht gut aus Was machen wir mit ihm Äh Okay Wo sind denn die jetzt drauf gegangen? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hey, ich verstehe Ich verstehe Ich bin mal ins Gebäude rein Wenn du kannst Zumal sind es mal wirklich da rein Ich gucke dir auch auf Panzer zählen Doch da sind nämlich im Moment mehr als genug Ziele vorhanden Oh 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 Gott Was ist denn da alles am Panzern? Oh oh Ah so ein Arsch Scheiße Flieger Wow Jetzt kriegen wir denn hier schon wieder Alter Oh man Oh man Wow Na Ich denke, wenn wir Plus in die Luft sprengen Ich bin auch nichts Oh, ne von mir Ja, scheiße Ich bin nichts Ich bin nichts Ich bin nichts Hallo Da kommt wieder der Scheiß Flieger Da ist wieder der Scheiß Flieger Tja Was würdest du da machen? Kannst du nicht viel machen? Tja Hm Ja Jetzt haben sie die auch noch kaputt gemacht Nett Jetzt haben wir diese blöde Geschützbelin Einung gewesen War ja sonst nichts Wichtiges Nein Ja, scheiße Dagegen werden wir auch nichts mehr machen können Das ist vorbei Wir haben uns quasi komplett zerschossen Mann, 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 Mann Tja Was soll man dazu sagen? Panther ist einsatzbereit Juhu Er hat noch einen Flieger runtergeholt Hoffen, dass man quasi gar nichts bringt Versammelt und bereit Oh man Ja, die können sich noch ein bisschen halten, aber Jetzt werden sie da Einfach überrannt werden Ich muss behaupten Oh ja Ja, sorry, aber ich hab nichts mehr Dir mal ein bisschen mehr geholfen Wär da vielleicht ein bisschen mehr übergeblieben Also ich würde jetzt denken, kann ich Schuld geben Aber ich ja wie ich eh ist Oh, oh Das Gebäude ist furcht Und komm Ach, das ging gar nicht aufs Gebäude Geil Ja, so langsam Jetzt wollen sie aufgeben Der eine will nicht aufgeben Auch geil Ja, theoretisch gesehen ist das schon WG Ist das wohl wahr Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück Kommt schon Einmal raufhalten da Kommt schon Kommt schon Das gibt es doch nicht Ah, diese Jacksons Die reißen uns den Arsch Dum dum Oh, oh, oh Na Mich von der Seite erwischen lassen Alter Panther, was tust du? Was du tun? Na, ein Panzer haben wir noch kaputt gekriegt Einen beschädigt Aber alter, wie schnell die das einfach alles weggefickt haben hier Wow Wow Einfach nur Wow Also irgendwie habe ich im Moment das Gefühl Dass die Alliaten Viel zu stark sind Ist das so? Kommt mir das nur so vor? Weiß es nicht Ja Sollte wir euch mal hinter ihm bewegen Na, super Da wird doch jetzt eh wieder dieses Scheiße kommen Ach, voll Ja, okay Es ist nur Phosphor Hallo Hörst du auch mal Alter Panther noch Fick nicht einfach noch Hallo? Bist du irgendwie dumm oder so? Er macht nichts Ich bin voll gefangen Was ist denn los mit dem? Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Na Können wir den mal irgendwie An der Seite hauen Oh Gott Ja Ist aber auch unser Panther gerade drauf gegangen Damit Tja Was willst du da machen, ne? Kann man nicht allzu viel machen Dann können sie immer noch ein bisschen ärgern So ein kleines bisschen Bam, 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 bam Bam, bam Bam, bam, bam Oh, oh Au, au, au Au, au, au Au, au, au Schön rumlaufen Au, 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 au Ist doch nicht Not, Mensch Ne Absolut keine Chance Da haben sie uns einfach überramt Naja Einer ist schon raus, Mann Einer raus Ja, gut Haben sie uns da jetzt auch Ja, komm, das kannst du jetzt auch Ah, jetzt wollen sie aufgeben Ne, jetzt würde ich nicht Jetzt würde ich nicht Jetzt können sie das nämlich auch noch mit Kampus schießen Also von dort her Jetzt will ich mal viel kommen Ja, nochmal hier Kack, Spam Ich glaube, dass das was bringen wird Das ist ganz schön hart Was die hier alles schicken Ja, noch mal eine Bombe Ah, schade 300 Munition haben wir nicht Ah, nein Vielleicht nochmal Was sie treffen können Aber so Ja Ah, shit Dann werden sie gleich belagert Ja Quasi direkt drauf gewartet Na komm, einen Schuss werden sie ja so rauskriegen Äh, wir haben noch einen Schuss rausbekommen Jetzt ist vorbei Einer war rausgegangen Dann wieder aufgegeben Eieieiei Da haben sie uns aber gegen Ende echt noch den Arsch versohlt Mann, Mann, Mann Vor allen Dingen so schnell So Rapide Also das war wirklich Hart Einfach nur hart Mann, 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 Mann Naja Werden wir jetzt mal schauen Was da dann jetzt bei rumkommt Ich bin ja mal gespannt Boah Ja, Schaden haben wir ja gemacht Aber irgendwie war es das nicht wirklich Ja, keine Ahnung Da waren einfach Zu wenig Zu wenig Hilfe in der Mitte, glaube ich, oder? Ich würde schon sagen Ich habe auch irgendwie das Gefühl Dass der Türkise Der jetzt nicht mehr Türkis ist Nö Daran liegt es jetzt nicht zwingend Dass irgendeiner zu wenig Truppen hatte Ja, dann weiß ich es auch nicht Dann lag es halt einfach an uns Dann waren wir einfach zu schlecht Naja Ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Spiel Auf bald Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal